Und hallo alle zusammen, das bin heute ich, der Superstars, ja und was. Ich zeige euch heute, welcher Brawler macht die meisten Schaden zu diesem Boss-Roboter. Aber nicht in diesem Spiel, nicht bei dem Boss-Kampf, sondern bei normalen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr in mein neues Club gehen. Ich habe ihn nur heute erstellt, bei mir ist schon einer rangekommen. Und wir legen los. Natürlich der beste Brawler, der bei diesem Roboter den meisten Lebenabzug macht, ist der Crow hier. Wenn ich den Roboter, diesen da oben, den Boss nicht für 30 Sekunden kille oder mehr. Wenn ich ihn für mehr als 30 Sekunden kille, dann könnt ihr alles, was ihr wollt, machen. Und gar kein Like stellen. Aber wenn ich für 30 Sekunden den Boss kille, dann stellt ihr aber Like. Und jetzt geht's los. Ja, die Shopping Boss gekült. Dann abonniert meinen Kanal, stellt Like. Wenn ihr was wollt, schreibt ihr etwas in die Kommentare. Und Tschüss.